Ja, die Webseite ist da sehr umfangreich. Es beinhaltet also auch ein Archiv für Menschen, die die letzten Shows auch verfolgt haben. Man kann ja die ganzen Trailer sehen. Es gibt von anderen Fotogalerien. Also ich glaube, wir haben also eine der aufwendigsten Webseiten, die es so in dem Bereich Show und Entertainment gibt, gestaltet, aber auch viel redaktionär gearbeitet. Das heißt, die Texte und die Bilder, da sind hunderte von Fotos hinterlegt. Da kann man ganz schön schmökern, wenn man Lust hat, sich dadurch zu klicken. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Herr Thorsten das mit seiner Firma unterstützt. Und ich denke, das wird man jetzt auch dann in den nächsten Wochen sehen, wie die Plakate hängen und die neuen Sachen auch in Bochum noch präsenter sind. Dass das ein tolles neues Erschauungsbild ist. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon mal so durch mit dem, was wir Ihnen von uns aus erzählen wollten. Jetzt könnten Sie uns gerne direkt Fragen stellen oder im Einzelgespräch. Ich kriege gerade Zeichen von da hinten. Ich muss noch was erzählen. Die Schräge. Und zwar ist es ja so, dass Eike von Stuckenbock ist einer der Künstler der ersten Stunde gewesen. Hat damals so eine Performance auf einem Schaufensterbüchel gemacht. Die, glaube ich, alle noch ungedeckt sind, die wir gesehen haben. Der hat sich dann leider verletzt und kann als Artist nicht mehr arbeiten. Er arbeitet seitdem als Regisseur und hat eine Show gemacht. Die heißt Dummy Lab in Berlin. Und ich war sehr begeistert von der Idee, die mit der Schräge. Und zwar wird die Schräge so inszeniert, dass Künstler auf der Schräge agieren. Und das, was sie tun, wird dann auf den Screen übertragen. Das ist so im Prinzip so, dass die Schräge, die Schwerkraft so ein bisschen aufgehoben wird. Und die sehr verrückte Sachen machen können, die dann gerade gerückt auf dem Screen dann Dinge in Slow Motion oder geringer Geschwindigkeit erzeugen. Das wird also ein sehr komisches Element, wo man die Artistik auch ein bisschen mit hops nimmt. Und Eike kommt also hierhin und probt mit unseren Künstlern und mit den Profis zusammen da zwei Dinge ein, die dann maßgeschneidert für Now und für den Moment kreiert werden. Ich freue mich da sehr drüber, weil ich Eike für einen der kreativsten Köpfe in der Artistenszene halte. Und er eben auch einen Weg gefunden hat, obwohl er selbst als Artist nicht mehr arbeiten kann, da noch einen großen Teil dazu beizutragen, dass sich diese Form des neuen, der neuen zirzensischen Bewegungsgrunds auch weiterentwickelt. Ja, ich würde ein Mikrofon hier weitergeben, wenn Sie direkte Fragen haben oder aber wir stehen alle für Einzelgespräche zur Verfügung. Gibt es Fragen zum Programm oder Bündel oder zu den Visuals oder zu irgendwas anderes? Amen. Vielen Dank.